Hallo Jogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk und heute mit himmlischen Streitmächten. Ich stelle euch meinen Drachen an der Deck vor. Viel Spaß! Ghost from the Past ist vor kurzem erschienen und hat uns nicht nur ein paar neue Themendecks gebracht, sondern auch noch viel, viel Support für ältere Themendecks. Ganz getreu nach dem Motto Ghost from the Past, also der Geiste der Vergangenheit. Und ein Themendeck, was hier wirklich sehr, sehr guten Support bekommen hat, nicht nur für das eigene Thema selber, sondern auch generell für einige Kombodecks, sag ich mal, ist das Drachen an der Deck. Und ich habe mir das jetzt mal zum Anlass genommen, mir das Drachen an der Deck mal ein bisschen wieder näher anzugucken, habe meine ganzen alten Karten nochmal wieder rausgekramt und möchte euch heute mal meine erste Version von dem Drachen an der Deck ein bisschen vorstellen. Und ja, wie funktioniert das ganze Themendeck grundsätzlich erstmal? Also wir haben mit dem Drachen an der Deck ein Komodeck, was halt wirklich sehr, sehr ausgiebige Kombinationen halt ausspielen kann, auch dank des neuen Supports auch noch weitergehen kann und auch dadurch in der Lage ist, dann wirklich ein sehr, sehr starkes und konstantes Feld halt aufzubauen. Problem an der ganzen Geschichte, es ist halt so ein typisches Going-First-Deck. Das heißt, das Deck möchte tendenziell eher anfangen, damit wir auch genau diese Kombinationen halt durchspielen können. Hat auch ein, zwei kleine Schwächen gegenüber ein paar Handfallen. Trotzdem muss man auch sagen, das Deck kann sich doch auch durch die ein oder andere Handfall relativ gut halt durchspielen. Deswegen ist das Deck auch sehr, sehr stark geworden mit dem ganzen neuen Support. Und wenn man das auch richtig anstellt, kann man sich auch vor einigen Karten, wie beispielsweise einem Nibiru, was natürlich auch eine potenziell sehr gefährliche Karte für das Deck halt sein kann, auch relativ gut schützen. Jetzt fühle ich euch aber erstmal mal ein bisschen meine Deck vor und gehe auch dann so ein paar Aspekte von den einzelnen Karten halt ein bisschen näher ein. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, was ich alles so mit drin habe. Und damit ihr auch alles ein bisschen besser sehen könnt, zoomen wir hier auch ein bisschen rein, damit wir auch dann nichts verpassen. Den Anfang mache ich mit unseren kleinen Mini-Drachen, sag ich mal. Und den Anfang macht der gute alte Dracheneinheit Phalanx. Phalanx ist insofern halt einer der stärksten und besten Karten im Dracheneinheit-Deck, denn dadurch, dass sein Effekt nicht eingeschränkt ist, dass man ihn nur einmal pro Spielzug benutzen darf, ist er wirklich extrem wichtig für viele Kombinationen in diesem Deck. Denn sollte er als Ausrüstungskarte auf dem Spielfeld liegen, und da ist ja auch der ganze Trick und die ganze Strategie hinter den Dracheneinheit-Karten, dass sie sich selber gegenseitig halt ausrüsten, haben wir hier die Möglichkeit mit Phalanx, ihn immer wieder auf das Spielfeld zu bringen. Und dadurch, dass er auch ein Empfängermonster ist, haben wir auch immer wieder relativ schnell Zugriff auf das Synchromonster und können auch hier durchaus einige interessante Synchro-Ketten bauen. Von daher dreimal hier absolut Pflicht, denn es ist auch definitiv auch nicht ganz unwichtig, dass wir den Phalanx und auch andere unserer kleinen Dracheneinheit-Monster auch gerne mal mehrfach im Friedhof liegen haben, um sie dann entsprechend ausrüsten zu können in unseren 8 anderen Karten. Denn wir wollen auch einige Link-Kombinationen mit den ganzen Wachtdrachen beispielsweise halt auch durchführen. Und da sind natürlich diese kleinen Dracheneinheit-Karten wirklich eine super Basis dafür. Dann geht es weiter mit dem neuen Zuwachs unter den Dracheneinheit-Karten, die wir auch möglichst schnell und auch immer auf der Starterinheit sehen wollen. Damit können wir nämlich dann auch unsere ganzen Kombinationen am Laufen halten. Die zweite Fähigkeit, die Remus halt noch mitbringt, ist, dass er sich selber als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören darf. Sollten wir nämlich den Dracheneinheit-Monster kontrollieren. Das ist in diesem Deck absolut kein Problem. Das kriegen wir wirklich eigentlich immerhin. Einziger Nachteil ist an der ganzen Geschichte, wenn er sich dann verbannt, wenn er dann halt das Spielfeld verlässt, wird er anschließend verbannt. Ist aber kein großes Problem. Wir kriegen eine gratis Spezialbeschwörung vom Friedhof und können damit halt unsere ersten Synchros zusammenbasteln. Denn auch Remus ist auch hier ein Empfängermonster. Und das haben auch die ganzen kleinen Dracheneinheit-Monster auch hier gemeinsam. Sie sind alles Empfänger, können sich halt auch teilweise halt dann entsprechend Spezialbeschwören. Und damit geht ihr dann ganzer Spaß dann auch letzten Endes halt los. Wichtig hier aber zu berücksichtigen bei dem Remus ist, wenn wir seinen Effekt nutzen und ihn im Profitur wiederbeleben, dürfen wir auch für den Rest des Spielzuges auch nur noch Drachen-Monster beschwören. Das heißt, eigentlich ist Remus in dem Fall auch wirklich nur in reinen Drachen-Lex gut zu gebrauchen. Ist aber auch keine große böse Einschränkung, denn in den meisten Fällen sind die relevanten Kombinationen sowieso um Drachen halt fokussiert. Den letzten kleinen Empfänger, den ich aber nur in zweifacher Ausführung spiele, der aber nichtsdestotrotz nicht unwichtig ist, ist Dracheneinheit-Cruise. Cruise ist auch hier wieder ein Empfänger-Monster, der sich selber als Spezialbeschwörung aus der Zauber- und Fallenzone beschworen kann, wenn er halt ausgerüstet ist. Aber Cruise hat noch eine weitere wichtige Eigenschaft. Ihn dürfen wir selber halt nur für eine Synchrobeschwörung eines Dracheneinheit-Monsters verwenden, aber wenn wir das tun, können wir ihn auch als Level-4-Monster behandeln. Und das ist auch nicht ganz unwichtig zu berücksichtigen, denn wir haben durchaus als ein oder andere hochstufige Synchro-Monster, dazu komme ich dann gleich beim Extradeck noch ein bisschen, für die wir halt auch diese Fähigkeit sehr gut gebrauchen können, denn die meisten unserer Dracheneinheit-Monster sind halt Stufe 4 und damit kommen halt eher auf Stufe 6 und Stufe 5 und Stufe 7 Synchro-Monster. Aber wir wollen natürlich auch ein etwas größerer Monster halt haben und hier ist es ganz wichtig, dass wir auch diese Fähigkeit von Cuse auch nutzen können, dass wir ihn als Level-4-Monster behandeln dürfen, denn so haben wir die Möglichkeit, dann auch unsere großen Level-8-Synchro-Monster zu beschwören oder auch unsere übrigens großen Stufe 10er. Dann geht es weiter mit einer anderen wichtigen Karte, wie ich finde, in dem Dracheneinheit-Themendeck, nämlich Dracheneinheit Senatus. Für das Abwerfen einer Dracheneinheit-Karte dürfen wir ihm mit einer Dracheneinheit-Empfänger-Monster-Karte aus unserem Deck halt ausrüsten und das ist halt wirklich extrem gut und wichtig, denn so können wir uns halt gezielt die ganzen Empfänger aus dem Deck halt rausfischen, sag ich mal, die wir beispielsweise nicht auf unserer Starthand haben oder die wir im Rahmen unserer ersten Kombinationsschritte noch nicht abwerfen konnten beziehungsweise suchen konnten. Deswegen ist auch Senatus hier wirklich einer der wichtigsten Karten in diesem Deck und sollte auch definitiv nicht vernachlässigt werden, deswegen auf 3 auch absolut Pflicht, auch in Zweifelszahlen sehr gut über die Drachenschlucht halt suchbar. Besser ist es natürlich, wenn wir den guten Kollegen hier auf der Starthand halten. Dann machen wir weiter mit einem unserer neuen Vertreter. Ja, hier habe ich nämlich den Dracheneinheit-Legatus. Dieser gute Kollege, dieses geflügelte Ungeheuer der Stufe 4, darf sich als Spezialbeschwörung beschwören, sollten wir eine Dracheneinheit-Monsterkarte oder die Drachenschlucht kontrollieren. Das heißt, wir kriegen hier eine gratis Spezialbeschwörung, die wir durchführen dürfen. Den zweiten Defekt, den nutzt man eigentlich eher seltener. Nichtsdestotrotz sollte man ihn nicht vergessen, denn sollte sich nämlich eine Dracheneinheit-Monsterkarte in der Zauber- und Fallenzone befinden, dürfen wir eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld wählen und ihn zerstören. Das ist halt ziemlich gut, falls man dann mit in der Kombination als Zweiter anfangen muss und dann potenziell irgendwelche Backrow-Karten, also verdeckte Zauber- und Fallenkarten beim Gegner hat, die man halt loswerden möchte. Da kann man halt die Fähigkeit von Legatus halt wirklich sehr, sehr gut nutzen. Wichtig hierbei ist, der Beschwörungseffekt und auch der Effekt zum Zerstören von Zauber- und Fallenkarten dürfen jeweils nur einmal pro Spielzug verwendet werden, ist aber in den meisten Fällen auch vollkommen ausreichend. Andernfalls wäre Legatus auch noch viel zu stark, würde ich auch so fast sagen. Dann haben wir bei den Level-4-Monstern noch einen Kollegen aus der Vergangenheit, den ich nicht vernachlässigen möchte, nämlich Drachen an der Dux. Er wird zwar eher seltener benutzt, zumindest hat die Startkombination, weil man halt anfangen darf. Nichtsdestotrotz kann Dux in einigen Kombinationen immer noch ganz hilfreich sein, zumindest die erste kleine Level-6-Synchro-Beschwörung halt durchzuführen, denn Drachen an der Dux darf sich selber, wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, mit einem Monster vom Friedhof ausrüsten, solange es ein Drachen-Einheit-Monster ist. Der kleine Angriffs-Boost, den er halt pro Drachen an der Karte auf dem Spielfeld bekommt, ist manchmal auch ganz hilfreich, denn es gibt durchaus die ein oder andere Karte, mit der wir auch uns viele Karten ausrüsten dürfen. Und da ist natürlich der Angriffs-Vorteil, den Dux hat, bekommt dadurch noch ein bisschen enormer. Also von daher einmal vollkommen ausreichend, weil man sie auch super gut suchen kann. Ansonsten würde ich sagen, reicht der auch vollkommen auf einmal. Dann machen wir weiter mit unseren einfach größeren Drachen-Einheit-Monstern aus dem Mandic. Hier habe ich einmal die Drachen-Einheit-Waffe Mistletain. Mistletain ist insofern eine ganz gute Combo-Extender-Karte, mit der wir quasi unsere Kombination ein bisschen weiter ausbauen können. Und hier spielt auch seine Stufe 6 eine ganz wichtige Rolle, denn wenn wir ihn zusammen mit einem unserer Level-6-Synchro-Monster halt benutzen, können wir hier beispielsweise uns auf unseren priesterlichen Drachenkönig von Atum gehen und uns so entsprechend einen Drachen aus unserem Deck beschwören. Das heißt, hier ist auch mal die Stufe noch entscheidend, die er mitbringt. Und die Tatsache, dass er sich halt spezial beschwören darf, indem wir einen Drachen-Einheit-Monster von unserer Spielfeldseite auf den Friedhof legen, macht ihn halt wirklich noch sehr, sehr gut und flexibel. Und hinzu kommt noch, dass wir ihn auch mittlerweile noch besser suchen können, denn die Drachenschlucht darf es nämlich nicht. Die darf nämlich nur Stufe 4 oder niedrigere Drachen-Einheit-Monster suchen. Aber mit unseren neuen Zauberkarten, die wir auch bekommen haben in Ghost from the Past, können wir Mistletain wirklich sehr flexibel und schnell auf unserer Hand halten und ihn auch dann entsprechend ins Spiel bringen. Dann auch für die Kombination in diesem Deck nicht ganz unwichtig, nämlich Drachen-Einheit-Waffe Leigh-Warten. Auch diesen Kollegen dürfen wir als Spezialbeschwörung beschwören, sowohl von unserer Hand als auch sogar vom Friedhof und das auch nicht mal einmal pro Spielzug, nur eingeschränkt. Dafür müssen wir allerdings ein Monster von unserem Spielfeld verbannen, das mit einer Drachen an der Karte ausgerüstet ist. Ist in diesem Deck kein großes Problem. Hinzu kommt, dass Leigh-Warten, wenn er beschworen sind, sich mit einem Monster, mit einem beliebigen Drachen, ein Monster vom Friedhof ausrüsten darf. Und das ist auch wieder hier Tor und Tür für weitere Kombinationsschritte und ist auch nicht ganz unwichtig, dass wir diesen Effekt auch mehrmals im Spielzug benutzen dürfen, denn so können wir unser Feld wirklich maximal ausbauen und auch dem Gegner dann entsprechende fiese und böse Sachen auf das Spielfeld legen. Die meisten verzichten auf die nächstfolgende Karte, nämlich Drachen an der Waffe Gram, den wir jetzt neu bekommen haben. Nichtsdestotrotz habe ich mir aber gedacht, nehme ihn doch einmal noch mit rein, denn als weitere Offensive kann man den Gram immer noch sehr, sehr gut gebrauchen und auch seine Effekte, die er mitbringt, sind absolut nicht zu verachten. Nicht nur, dass er sich ausrüsten darf in einem Monster, das von einem anderen oder beliebigen Monster auf dem Spielfeld auf unserer Seite halt zerstört wurde, ausrüsten darf, das finde ich halt schon extrem gut. Auch sein weiterer Effekt, dass wir ihn mehr oder weniger beliebig von unserer Hand oder Friedhof beschwören dürfen, indem wir zwei, ich glaube sogar nur Wind- oder Geflügelte Ungeheuer einfach nur verbannen müssen. Zwei Drachen oder Geflügelte Ungeheuer, genau. Indem einfach nur zwei Drachen oder Geflügelte Ungeheuer von unserem Friedhof verbannen, macht er dann wirklich sehr, sehr oft und sehr einfach auf das Spielfeld beschwörbar. Also von hier, falls ihr euer Feld noch ein bisschen weiter ausbauen wollt, ist Gram immer noch eine ganz gute Option, die man absolut nicht vernachlässigen sollte. Für die einzelnen Basiskombinationen ist er eher semi-wichtig, eigentlich überhaupt nicht benötigt, aber trotzdem möchte ich nicht auf ihn verzichten wollen, denn seine Fähigkeiten, die er mitbringt, sind absolut nicht zu verachten. Kommen wir nur noch zu den Nicht-Dracheneinheit-Karten, da habe ich nämlich auch noch ein paar Kombinationsbestandteile mit drin. Hier haben wir einmal Schwarzflügel, Sephiros, die Elite. Sie ist im Wesentlichen dazu da, damit wir unsere Drachenschlucht mehrmals pro Zug benutzen dürfen, denn wir dürfen die Drachenschlucht zwar nur einmal pro Spielzug benutzen, das setzt aber nur darauf auf, dass diese Karte auch dann auf dem Spielfeld hat, verbleibt. Wenn wir sie uns temporär mit Sephiros wieder auf die Hand zurückgeben, können wir die Spielfeld-Zauberkarte einfach wieder erneut auf das Spielfeld bringen und ihren Effekt benutzen, denn die Drachenschlucht hat keinen harten Once-Per-Turn-Effekt, sondern nur einen Soft-Once-Per-Turn, den man halt mehrmals benutzen kann, wenn man die Karte temporär halt vom Spielfeld nimmt. Deswegen Sephiros auch hier auch ein wichtiges Kombinationsbestandteil, auch weil er ein geflügeltes Ungeheuer ist und uns da auch den Zugriff auf größere Synchro-Monster dann entsprechend gibt. Dann einmal mit enthalten habe ich Garuda, der Windgeist, als geflügeltes Ungeheuer integriert er sich hier auch wunderbar in unser Themendeck mit ein und der Tatsache, dass wir ihn Spezialbeschwörung dürfen, indem wir ein Windmonster von unserem Friedhof verbannen und der Tatsache, dass er ein Stufe-4-Monster ist, ist da wirklich einfach ein super Kombinationselement, den wir auch dann über unsere Extradeck-Monster dazu dann gleich noch ein bisschen mehr auch sehr gezielt auch gut suchen können. Dann als kleines weiteres Empfängermonster, der dann in Notfall-Situation auch mal ganz gut herhalten kann, um auf unsere Synchro-Monster zu kommen, ist Nebeltal Babyrock. Wichtig hierbei bei Babyrock zu berücksichtigen ist, er hat einen optionalen Wenn-Effekt, das heißt, wir dürfen seinen Effekt, mit dem er sich selber vom Friedhof wiederbeleben darf, sofern er von der Hand abgeworfen wird, nur dann benutzen, wenn das Abwerfen von dem Nebeltal Babyrock das Letzte ist, was passiert. Das Ganze ist aber sichergestellt, wenn wir den Nebeltal Babyrock mit dem Effekt von dem Drachen einer Dritter G-Derkheit benutzen, deswegen ist auch hier ein bisschen Vorsicht geboten, wie wir den halt benutzen, denn ein Abwerfen für beispielsweise eine Drachenschlucht löst diesen Effekt von Nebeltal Babyrock halt nicht aus, denn er würde in dem Fall sein Timing verpassen. Dann als drittletztes Monster in meinem Deck habe ich einmal Tempest, den Drachenherrscher der Stürmer. Er kann nicht nur sehr gut offensiv agieren, indem er sich aber selbst beschwert mit 2004 an Angriffspunkten, nein, vielmehr nutze ich ihn eigentlich als Kombinationsbestandteil und verbanne ihn während meiner Kombination aus dem Deck, und mir dann gezielt einen Windmonster aus unserem Deck halt zu suchen, einfach um damit noch meine Kombination ein bisschen auszuarbeiten, indem ich mir einfach dann gezielt genau die Kombinationsbestandteile aus meinem Deck halt raus suche. Von daher hat Tempestia einfach einen mehrfachen Nutzen für mich, wenn ich ihn halt nicht verbannen kann, weil ich ihn beispielsweise auf der Starthand halte, kann ich ihn trotzdem noch sehr gut beschwören und dann für entsprechende Kombinationen einfach als Linkmaterial weiterverwenden und er hat dann trotzdem noch seinen Zweck sehr gut erfüllt. Tja, eine Drache oder eine Drachenkarte darf eigentlich in fast keinem Drachendeck halt fehlen und das ist der rotäugige finstere Metalldrache, denn mit seinem Effekt und seinen beliebigen Drachen von der Hand oder unserem Friedhof beschwören zu dürfen, kann man seine Kombination nochmal sehr, sehr gut ausbauen, beziehungsweise sein Feld einfach nur ein wenig weiter verstärken, deswegen ist er auch hier absolut Pflicht, ihn nochmal mit dem Deck drin zu haben, insbesondere deshalb, weil unser Drachenendeck auch sehr, sehr einfach und sehr gezielt uns dieses Monster aus dem Deck beschwören darf. Dann als allerletztes Monster habe ich noch einmal das Zerstörungsschwert des Drachenbusters, denn das Deck ist durchaus in der Lage mit seinen ganzen Ausrüstungseffekten und im Beispiel, in dem ja in dem Fall macht das dann in dem Fall unser Dracheneinheit Waffe Leivaden halt möglich, das gegnerische Extradeck komplett halt auszuschließen und deswegen habe ich ihn hier auch einmal mit drin, wir können ihn halt relativ gezielt im Rahmen unserer Kombination dann noch auf den Friedhof legen, und ihn dann später im Rahmen unserer Kombination einfach Leivaden beschwören und dann mit dem Zerstörungsschwert ausrüsten, so dass wir den Gegner halt von seinem Extradeck halt komplett sperren und ihn dann dementsprechend sehr stark einschränken können. Dann geht es weiter mit den Zauberkarten und die wahrscheinlich wichtigste Zauberkarte im Drachenendeck ist definitiv die Drachenschlucht, deswegen auch hier in dreifacher Ausführung, einfach um auch ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass der Gegner potenziell vielleicht einige Annullierungseffekte oder Zauber- und Feindzerstörungskarten auf dem Spiel liegen hat und uns dann die Drachenschlucht halt mit entsprechend wegnehmen kann, deswegen ist es immer gut, sich diese Karte immer ein paar Mal zurückzuhalten. Ja, ich glaube, viermal muss ich nicht sagen, sie sucht uns ein beliebiges Drachen, ein Monster der Stufe 4 oder niedrig aus unserem Deck für den Preis einer Handkarte oder füttert unseren Friedhof mit einem Drachen von unserem Deck und das eröffnet uns auch hier wieder Tür und Tor für vielfältige Kombinationen in diesem Deck. Dann geht es weiter mit der Heiligen Lanze der Dracheneinheit, diese Karte kennt man schon aus dem Drachenlink-Deck, einfach um sich hier ein entsprechendes Drachenlandmonster aus dem Deck auf die Zauber- und Fallenzone zu legen und damit entsprechend ein bisschen Unsinn anzustellen. Auch hier kommt diese Karte super zur Geltung und dadurch, dass sie durch unseren Romulus, den ich auch gleich noch vorstellen werde, auch sehr gut suchbar ist, reicht sie auch hier auf 1 zu spielen. Dann kommen wir jetzt zu unseren neuen Dracheneinheit-Karten und den Anfang mache ich hier mit dem Glühen der Dracheneinheit, die ich hier in dem Fall auf 2 spiele. Einfach aus der einfachen Gegebenheit her, dass unsere hochstufigen Monster für einige unserer Kombinationen nicht ganz unwichtig sind. Aber auch der zweite Effekt von Glühen der Dracheneinheit ist absolut nicht zu vernachlässigen, denn wir dürfen diese Karte von unserem Friedhof verbannen, um ein Dracheneinheit-Monster in unserer Zauber- und Fallenzone als Spezialbeschwörung zu beschwören und das ist insofern für die ganzen Dracheneinheit-Karten in den Zauber- und Fallenzone interessant, die sich halt selber nicht als Spezialbeschwörung beschwören dürfen. Von daher glühende Dracheneinheit hier als Omni-Sucher für unsere hochstufigen Dracheneinheit-Karten, aber auch als Beschwörer für unsere ganzen entsprechenden Ausrüstungsmonster, ist diese Karte definitiv nicht zu vernachlässigen. Dann einmal als potenzielle Go-Second-Karte, sag ich mal, ist der Wirbelwind der Dracheneinheit. Insofern halt nur dann Go-Second, weil wir im ersten Spielzug natürlich ja im Regelfall keine gegnerischen Monster auf dem Spielfeld erwarten dürften. Das passiert dann nur im späteren Duellverlauf vielleicht, wenn wir es halt dann doch geschafft haben, uns an die Birohand einzufangen. Ansonsten ist Wirbelwind der Drachen eine ganz praktische Karte, um einfach unsere Startkombinationen mehr oder weniger ins Laufen zu bringen, denn mit ihr dürfen wir quasi passendes Material für die erste Synchrobeschwörung aus unserem Deck halt beschwören und auch das Synchro-Monster direkt auf das Spielfeld bringen. Von daher hier auch eine wichtige gute Karte, die aber auf 1 trotzdem mal ausreicht, denn wie gesagt, das Drachen an der Deck möchte im Regelfall einfach anfangen und falls das mal nicht der Fall sein sollte, können wir mit dem Wirbelwind der Dracheneinheit trotzdem relativ schnell gut ins Spiel finden. Dann hier noch einmal in einfacher Ausführung, einfach als simple Tech-Karte, weil ich hier im Prinzip nicht nur weitersgehen sondern weil ich grundsätzlich auf viele Handfallen verzichte, habe ich noch einmal die Einberufung der Dracheneinheit. Nicht nur, dass wir, wenn wir diese Karte aktivieren, ein Dracheneinheit-Monster der Stufe 4 oder niedriger von unserem Friedhof wieder zurück auf die Hand nehmen dürfen, was zum Beispiel ganz cool ist, um sich einen Legatus wieder zurück auf die Hand zu nehmen oder einfach unsere Empfänger zum Abwerfen für die Drachenschlucht wieder zurücknehmen könnten. Nein, wir haben auch die wesentlichen Vorteile, dass unsere Drachen an Monster der Stufe 5 oder höher auf dem Spielfeld, wenn sie an Angreifen von gegnerischen Karteneffekten unberührt sind und das ist halt extrem stark, weil wir damit dann quasi ungestraft angreifen dürfen. Deswegen auf 1 auch nochmal ganz vollkommen ausreichend, weil wir die Karte im Zweifelsfall auch gezielt suchen können. Dann ist wie gesagt unsere Drachenschlucht die wichtigste Karte, daher ist es auch nicht unabdinglich, dass wir auch die Karte Landform spielen und weil wir auch mit vielen Karten im Friedhof arbeiten können, habe ich noch einmal das Törichter Begräbnis mit integriert, damit können wir uns in Zweifelsfall auch ein Remus dann direkt von unserem Deck auf den Friedhof parken, um auch hier seinen Beschwerungseffekt dann nutzen zu können, falls wir dann ein Bindenglied quasi für unsere Kombination brauchen. Ansonsten könnt ihr mit Törichtem Begräbnis auch unsere anderen Empfängermonster auf den Friedhof schicken, wenn wir soweit sind, dass wir auch sie aus dem Friedhof wieder weniger ausrüsten können, um sie dann wieder entsprechend mit ihren eigenen Effekten beschwören zu dürfen. Unterstützend tue ich das Ganze noch einmal mit dem Drachenschrein, die macht im Prinzip das gleiche wie das Törichter Begräbnis, muss ich also glaube ich nicht allzu viel verlieren an Worte für diese Karte. Dann noch als Basiskarten, sage ich mal, ist einmal die Wiedergeburt nicht ganz unwichtig, damit können wir auch noch eine ganze Menge Unsinn anstellen, ansonsten habe ich einmal mit integriert das Weltvermächtnis Wach der Wachen permanenten Zauberkart, die Kettchen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, wieder einige unserer Kombinationen zu starten und außerdem einmal integriert habe ich vom Grab gerufen, um uns dann gegen potenziell gegnerische Handfeind so ein bisschen zu schützen, sofern wir sie auf der Starthand auch quasi bekommen. Außerdem als Zauberkarte noch integriert als letztes habe ich zweimal den Verbotenen Kelch. Sie ist quasi ein Ersatz für beispielsweise jeder Effektversteigerin und hat auch die Möglichkeit, dass wir sie einfach noch auf unsere Zauber- und Fallenzone setzen können, einfach um unser Startfeld noch ein bisschen zu unterstützen und da noch eine weitere Annullierung mehr oder weniger für den Gegner parat zu haben. Dann habe ich noch eine einzige Fallenkarte mit integriert und das ist einmal der Kerker der Dracheneinheit. Die wesentliche Einschränkung, dass diese Karte einen Drachen, einen Synchromonster braucht, damit wir sie benutzen dürfen, ist zwar in den meisten Fällen relativ gut gesichert bei uns, trotzdem würde ich die Karte nicht unbedingt öfter spielen, denn es kann auch sehr schnell mal passieren, dass unser Dracheneinheit dann noch so stark massiv blockiert wird und dass wir eine so schlechte Starthand haben, dass wir auf gar keine Synchromestuchung halt kommen und dementsprechend der Kerker der Dracheneinheit dann noch relativ schnell mal tot sein kann. Von daher auf 1 ausreichend, insbesondere weil sie auch wirklich durch unseren Romulus sehr gut suchbar ist. Gut, dann kommen wir nochmal zum Extra-Deck und da fangen wir an mit dem Dracheneinheit Ritter Luin. Er ist halt nicht nur ein Synchromonster, sondern auch gleichzeitig noch ein Empfängermonster, das heißt, wenn man halt ein bisschen variieren möchte sein Extra-Deck, kann man auch mit ihm zusammen und einem weiteren Level 6 Empfänger oder Level 6 Dracheneinheit-Monster auch durchaus auf ein Ultima-Zeugchen halt gehen, das dürfte als interessante Tech-Idee vielleicht nochmal ganz nett sein. Ansonsten nutzen wir Luin im Wesentlichen halt als kleines Kombinationsbestand, um sich selber wieder halt auszurüsten, denn wenn er das Spielfeld verlässt, darf er sich an einem Dracheneinheit-Monster ausrüsten und dem ganzen Monster sogar noch 1000 Angriffs- und Verteidigungspunkte halt mitgeben. Das ist nämlich eine feine Sache und kann auch für einige Kombinationen recht interessant und hilfreich sein. Dann machen wir weiter mit wahrscheinlich der wichtigsten Syrn-Kro-Karte in unserem Deck, nämlich den Drachen einer Ritter G. Derk, denn er hat einen sehr, sehr, wirklich sehr, sehr guten Effekt, denn einmal pro Spielzug dürfen wir ein gefügeltes Ungeheuer oder ein Drachen-Monster von unserem Deck auf die Hand nehmen und anschließend ein gefügeltes Ungeheuer oder ein Drachen-Monster von unserer Hand auf den Friedhof befördern. Das heißt, wir können uns gezielt dann entsprechende Kombinationsbestandteile zusammensuchen, Karten, die wir gerade vielleicht doppelt oder dreifach auf der Hand haben und nicht benötigen können, legen wir auf den Friedhof oder auch gezielt Karten auf den Friedhof befördern können, die wir vielleicht für einige Kombinationen auch dann sehen wollen, weil wir sie dann später durch andere Effekte wieder ausrüsten. Wir haben auch die Möglichkeit, gedärkt durch unsere Effekte auch ein paar Mal auf das Spielfeld zu bekommen und seinen Effekt auch mehrmals in unserem Zug zu benutzen. Von daher einmal vollkommen ausreichend, einfach durch die Tatsache, dass wir noch immer wieder auf das Spielfeld bekommen können. Dann für meine Version dieses Drachen an der Decks habe ich zweimal den Drachen einer Dritter, Barchar. Er bringt die Fähigkeit mit, dass er sich mit einer beliebigen Anzahl Drachen an der Karten vom Friedhof ausrüsten kann, wenn er beschworen wird. Und das ist insofern eine ganz wichtige Eigenschaft, weil wir damit halt drei bis vier unserer kleinen Empfängermonster, die sich selber halt spezial beschwören dürfen, einfach an ihn ausrüsten. Die Monster dann entsprechend uns auf die Monsterzone halt bewegen können und dann auf unsere kleinen Linkmonster switchen können. Von daher ist halt Barchar hier ein wichtiges Schlüsselelement für unsere, ja im besten Falle super starke Kombination, die dann auch wirklich in einem extrem guten Feld halt endet. Es gibt einige Varianten, die spielen Barchar nur einmal. Dafür spielen sie an den Drachen an der Ritter Vairayana. Ihr müsst halt selbst entscheiden, welche Variante halt ihr wählen möchtet. Dann mache ich weiter mit, ja den Non-Drachen an den Monstern. In jedem Fall habe ich hier den Kristallflügel-Synchro-Drachen. Ich glaube, das dürfte einer der stärksten Synchro-Drachen, die wir momentan halt haben, zusammen mit dem Kaliberlade-Wilddrachen als Stufe-8-Synchro-Monster. Beide sind durchaus sehr, sehr gut beschwörbar. Der Kristallflügel-Synchro-Drache ist insbesondere dann halt noch wichtig, wenn wir unsere Kombination halt so aufsetzen, dass wir mit der vierten bzw. unserer fünften Beschwörung halt ihn beschwören, weil dann können wir uns halt auch gegen Karten wie Nibiru halt sehr gut absichern und dann hat der Gegner es halt schwierig, unser Feld zu brechen. Von daher, Kristallflügel-Synchro-Drache ist absolut eine Pflichtkarte in diesem Deck, einfach damit wir uns ein bisschen halt schützen können und dann unser Feld weiter kontinuierlich aufbauen dürfen. Dann habe ich aber noch was bei den hochstufigen Karten, da habe ich nämlich noch einmal den Drachen an der Dritte, Areth Barrier. Er ist das neueste Mitglied unserer Synchro-Riege, der auch wirklich nicht zu verachten ist, nicht nur mit 3.300 Angriffspunkten gesegnet ist, auch mit seinem Annullierungseffekt ist er definitiv ein wichtiges Bindeglied in unserer Kombination, mit dem wir auch dann am Ende auch auf dem Spielfeld liegen haben wollen und so können wir auch unseren Kärker, den Drachen dann auch optimal mit ausnutzen, also von daher hier auch einmal vollkommen ausreichen, weil wenn der liegt, dann haben wir schon mal einen ordentlichen Klopper auf dem Feld liegen. Dann mache ich weiter mit unseren Link-Optionen, da wie schon eingangs erwähnt, spielen wir mit den Wachtdrachen, hier habe ich also dementsprechend einmal Pisti und Api mit enthalten, auch als wichtiges Kombinationsglied mit enthalten, ist der Schlägerdrache, einfach damit wir unsere Effekte unserer Wachtdrachen vorrangig hat, den von Pisti hat benutzen können, um damit beispielsweise einen Gedärk von Friedhof zurückzuholen oder einen rotäugigen, finsteren Metalldrachen, falls wir seine Effekte noch nicht benutzt haben, oder in einem vorherigen Zug, können wir hier relativ viel Unsinn mit anstellen, also von daher sind die drei Karten auch mit einer der wichtigsten und auch schon fast Pflichtkarten. Dann einmal vertreten habe ich noch den Beschützerwelpen des Zerstörungsschwertkämpfers, den ich effektiv nur dazu nutze, um mir den Zerstörungsschwert des Drachenbusters von meinem Deck auf den Friedhof zu legen. Sollte ich den Drachen schon längst auf der Hand haben und im Rahmen unserer Kombination einfach abgeworfen haben, könnt ihr euch dann ihn sogar teilweise sparen in unserem Kombinationsverlauf und dann einfach auf das nächste Monster wechseln oder auf das danach folgende, nämlich einmal das priesterliche Siegel der himmlischen Sphären, der jetzt auch in Ghost from the Past noch ein Reapment bekommen hat, oder natürlich auch ganz wichtig unser Drachen an der dritte Rommulus, der auch nochmal gezielt uns hier ein paar passende Elemente aus unserem Deck suchen darf. Dann, wie eingangs schon auch zwischendurch erwähnt, benutzen wir noch unseren priesterlichen König, Drachenkönig von Atom. Dadurch, dass wir relativ gut auf Level 6 Synchro-Monster kommen mit Luin und auch mit Gederk, sollten wir natürlich auch diesen Drachen sehr exzessiv ausnutzen, einfach um uns dann gezielt unsere nächsten Kombinationselemente aus unserem Deck zu beschwören. Dann aber noch, last but not least, und auch nicht ganz unwichtig, habe ich noch einmal Trisch oder Drache des Eisgefängnisses, der auch in diesem Deck wirklich super zu beschwören ist und auch mit seinem vollen Effekt hier auch wirklich nutzbar ist, denn Trisch oder beschwört man im Regelfall darüber, dass wir drei Mütze mit unterschiedlichen Namen halt von unserem Spielfeld entfernen und sollten das alles Drachen gewesen sein, dann dürfen wir eine gegnerische Extradeckkarte, die oberste Karte des gegnerischen Decks und eine unserer Deckkarten verbannen und für unser eigenes Deck nutze ich hier in dem Fall ganz gerne unseren Tempest, um mir dann gezielt noch ein Windmonster aus unserem Deck suchen zu dürfen. Also von daher ist hier das Zusammenspiel der einzelnen Elemente hier wirklich sehr, sehr groß und deswegen ist auch hier Trisch oder ganz gerne auch mal ein gesehener Gast in diesem Deck. Ja, das war es, mein Dracheneinheit-Deck. Das ist nur eine von vielen Varianten, die das Deck mehr oder weniger zur Verfügung stehen hat, denn es gibt durchaus einige Varianten, die quasi nicht aus einem Endfeld bestehen, aus Kaliber der Wilddrache, unserem Christallflügel Synchro-Drachen, einem himmlischen, äh, christlichen Siegel der himmlischen Sphären und Arettenbar hier, plus halt nochmal, ähm, ja, sucht es euch aus, einem anderen großen Drachenmonster, ähm, sondern es gibt auch eine Variante, die mit den Amofage-Karten zusammenspielt. Das ist eine andere Variante, die aber im Wesentlichen den relativ gleichen kennen und nutzt, wie ich den auch hier gespielt habe. Ähm, also von daher könnte da noch ein bisschen variieren. Ich hoffe, das Deckprofil hat euch gefallen. Falls ihr noch andere Ideen und Vorschläge habt, lasst mal gerne ein paar Kommentare da. Vielleicht noch als ergänzender Hinweis, preislich liegt das Deck in einem kleineren dreistelligen Betrag, von daher da nicht, äh, wundern, wenn euch das Deck ein bisschen teurer werden könnte, wenn ihr das spielen wollt. Das müsstet ihr auf jeden Fall berücksichtigen. Nichtsdestotrotz habt ihr hiermit ein wirklich sehr, sehr starkes Kombinations-Deck, das, äh, wirklich extrem starke Felder halt aufbauen kann, aber halt auch ein Deck ist, was so typischerweise anfangen möchte. Von daher, ähm, das nochmal so als Hinweise vorab. Das war es diesmal von meiner Seite aus. Viel Spaß mit dem Deckprofil und mit meinem Nachbauen. Ähm, ja, ich freue mich über jeden Kommentar von eurer Seite. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, um auch nichts weiter zu verpassen, auf was bei uns so veröffentlicht wird. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.